Hier irgendwie zoomen. Ah warte mal. Zu dünn. Ich brauche etwas schweres und stabiles. Achso, die Platte. Warum auch noch stimmt hier. Diese Geige im Hintergrund ist sehr, sehr geil. Das ist definitiv mega. Und ich bin so, Alter, es ist so abnormal. Ich bin so am schwitzen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich bin so am schwitzen, dass ich hier mit meinen Ellbogen, warte mal, ich habe hier so ein, ich habe hier ein echtes Handtuch, ein echtes Handtuch, vor allen Dingen, ein Handtuch. Ich bin so am schwitzen, dass ich mit meinen Ellbogen, wo ich draufliege auf dem Schreibtisch, dass ich damit wegrutsche. Das ist so, ich habe keine Ahnung, ich muss mir hier irgendwas hinlegen, entschuldige bitte. Achso, und im Übrigen, ich habe mir das neue Link-Kabel bestellt für die Capture-Karte. Kann ich jetzt mal kurz erzählen hier im Stream und Live-Let's Play auch. So sah das vorher aus. Ja, ich müsste euch das vorstellen. Das hier war der Anschluss für den Controller, ja. Und dann ging das hier so weiter. Ja, und dann kamen die beiden Anschlüsse. Ja, das ist ein Kabel. Ja, da gingen dann Kopfhörer dran und tralala. Und dann ging das dann weiter. Dann kam das Kabel dazu, ja. Das Kabel, ja, ging dann so weiter, ja, zu dem Kabel. Und das ging dann in die Capture-Karte rein, ja. Also so viel Kabelgedöns brauchte man, um die Party mit aufzunehmen und den Spiele-Sound bei der Capture-Karte, ja. So viel. So sah das bei mir immer aus, ja. Und, äh, so viel war das gewesen. So viel Kabel. Und jetzt gab es von der Elgato Game-Capture-Karte ein Eigenprodukt. Und zwar, äh, äh, Chat-Link heißt das Kabel. Das habe ich mir bestellt, kam heute an. Damit nehme ich auch direkt auf. Ähm, zeige ich euch mal. Das sieht so aus. Da ist ein Kabel dran mit einem Koppelungsstück. Die Seite geht zur Capture-Karte hier, die hier. Und die hier, das ist an meinem Headset dran. Total simpel. Voll geil. Voll geil. Richtig mega. Also, nichts mehr mit Kabelsalat, sondern einfach nur ein Kabel und fertig. Und super geil. Also, Elgato, Daumen hoch, voll geil. So. Ähm, wo können wir denn weiter wimmeln? Vielleicht brauchen wir noch irgendwas. Ich bin gerade... Es hatte recht. Die Kanonkugeln hat die Forte zerstört. Vor allem, es hatte recht. Finde ich auch geil. Mithilfe des alten Krans kann man frühe Waren rauf und runter transportieren. Doch nun gelangt man nur noch bis zur Augenhöhle des Totenkopfes. Okay. Hier noch irgendwas? Lass mich allein. Ich versuche, in Frieden zu bleiben. Ist ja überhaupt nicht laut. Lass mich allein. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. In die Gruft können wir auch gehen. Ich... Ähm... Seltsam. Die Kerzen brennen bereits. Jemand muss gerade hier gewesen sein. War das Remington? Hm. Ich bin ein wenig überfragt. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich hier überhaupt nicht weiterkomme. Okay, da können wir auch nichts tun. Ich probiere alles jetzt mal aus. Probiere jedes Bild aus. Interagieren. Ja, ja. Anscheinend verbindet ein einfacher Gondel die beiden Inseln miteinander. Ja, auf dem... Möchtegern Leuchtturm haben wir ja schon gewesen. Da kommen wir nur wieder zurück. Okay, dann gehen wir weiter zurück. Was können wir hier tun? Hier vielleicht irgendwas zum Wimmeln. Die Stufen sind zu alt und wackelig, um darüber zum Punkt des Schiffes zu gelangen. Das sind... Das sind vier Stufen. Da kann sie nicht raufklettern. Nein! Warum denn auch? Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann ihm hier nur noch reden. Dann klappert er mit seinem Gebiss. Hier haben wir schon alles abgeklappert. Hier vielleicht. Hm, diese Fässer sind stark beschädigt. Und der Großteil des Wassers ist ausgelaufen. Von dem Wasser. Als ob die da Wasser gelagert hätten, ist klar. Hier haben wir auch schon alles gekocht und gegrillt. Ja. Da waren wir auch schon. Hm. Ich bin aber nicht überfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ähm... Falls ihr eine Idee habt oder so, schreibt es ruhig in die... In die Kommentare, würde ich gerade schreien. Äh, ja, auch in die Kommentare. Äh, in den Chat. Ähm... Hm. Was soll ich denn mit dem Eispickel machen? Das wird ja so eine sinnlose Funktion. Wahrscheinlich wieder... So wie... Huch. Entschuldigung. Ähm... So wie mit diesem, äh... Mit der Spielkarte oder was es nochmal war. Oder Pegas oder keine Ahnung. Irgendwas war da gewesen. Ich kann mich nicht mehr dran entsinnen. Ist schon zu lange her. Hier können wir nicht zu interagieren. Die Festung wird riesig. Aber dennoch verfallen. Die Piraten müssen sie über Jahre hinweg gebaut haben. Völlig umsonst. So, hier waren wir drin. Hier können wir sonst nichts tun, ne? Oder? Was war das denn? Alter. Ich bin jetzt erschrocken. Können wir hier. Haben wir schon gelesen gehabt, ne? Ja, ja. Hm. Die Notiz wurde kürzlich geschrieben. Remington plant etwas Furchtbares. Doch seine Beweggründe sind... Edel. Äh... Das haben wir auch schon gelesen. Ah, hier vielleicht. Hä? Der Pickel passt da rein. Okay, hier haben wir irgendwas, äh... Was wir reinstecken können. Äh, reinstecken gesagt. Ähm... Da oben in der Ecke ist ein Wimmelbild. Ich fass es nicht. Vollständiger Kerzenhalter. Vergrößerungsglas. Maya-Kalender. Tintenfass. Skorpion. Äh... Schaufel. Muschel. Rahmgewichtpuppe. Sichel und Tasse. So, wo haben wir denn Tasse? Hm. Maya-Kalender. Nein. Was knallt denn hier? Achso, Feuerwerk wahrscheinlich draußen. Äh... Wo ist der Maya-Kalender? Wo ist die Tasse? Skorpion oben. Mittig in rot. Ach da. Tatsache. Vielen Dank. Danke Zeus. Super. Ey, es macht so viel Spaß mit euch. Ohne Scheiß. Macht ruhig mehr mit. Das ist so geil. Ähm... Ich habe schon die Stream-Zeit verkürzt. Also das ist der Chat gekürzt. Okay, es muss Feuerwerk sein. Definitiv. Ähm... So, Rahmen. Was bedeutet... Was soll denn Rahmen sein? Tintenfass? Ähm... Ja. Hier vielleicht? Nein. Ähm... Maya-Kalender... Vollständiger. Kerzener vollständiger. Das heißt, man muss ihn wieder zusammenbauen anscheinend. Eine Ker... Ah, so. Eine Kerze fehlt. Ah, ja. Wir müssen erst eine Kerze finden. Anscheinend. Ähm... Gewicht. Aha. Die Waage ist gleichzeitig auch das Gewicht. Ja, ist klar. Also wenn es knallt im Hintergrund, also so bumm macht, das ist wahrscheinlich irgendwie Feuerwerk. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist doch Maya-Kalender. Den habe ich ja schon mal gesehen. Sichel. Sichel ist so... Da ist sie... Das soll sichel hier. Das sehe ich doch. Okay. Dann ist die Sichel nicht hier, sondern woanders anscheinend. Schaufel ist hier. Das ist eigentlich ein Spaten, aber okay. Naja gut. Wenn Schaufel bei denen so aussieht. Ähm... Tasse-Sichel-Puppe. Puppe ist hier. Die Voodoo-Puppe ist nicht vollständig. Hier ist eine Nadel. Toll. Eine Nadel. Ähm... Da ist eine Kerze. Und wir brauchen noch mehr Kerzen anscheinend. Ja, es... Vor allem, es fehlt eine Kerze, aber okay. Rahmen links neben dem Hasen. Ähm... Wenn du mir jetzt noch sagst, wo der Hase ist. Links neben den Hasen. Wo ist denn hier ein Hase? Wo ist denn hier ein Hase? Ich sehe keine... Nicht einen Hasen. Wo ist denn hier ein Hase, bitte? Links neben den Hasen. Wo ist denn hier ein... Neben dem Kerzenhalter. Hase... Äh... Meinte ich die Puppe. Ach so. Rahmen. Tatsache. Ist ja unglaublich. Ähm... Okay. Die Muschel... Ist hier vielleicht? Nein. Da ist die Muschel. Ähm... Ich bin gespannt, was die Sichel ist. Ist das die Sichel? Nein, das ist eigentlich die Spitzhacke. Aber gut, man kann ja probieren. Man weiß ja bei dem Spiel nie, was hier so eine Sichel ist, ne? Oder so. Ähm... Tasse? Wo ist denn die Tasse? Wo ist denn mit die Tasse? Die Tasse kann ja nicht so schwer versteckt sein eigentlich, oder? Tintenfass. Hm-hm... Wollte ich denn hier Kerzenhalter? Vergrößerungsglas? Vergrößerungsglas ist doch, glaube ich, ein Fernglas. Ah ne, hier. Lupe. Hätte ja auch Lupe schreiben können, aber okay. Ähm... Ich suche auch gerade irgendwie die Kerze. Aber... Gut, ich äh... Da ist die Kerze. Und es fehlt noch ne Kerze, natürlich. Da ist noch eine. Jawoll. Läuft. Ähm... Das ist ja auch ein Knall die ganze Zeit. Bum, 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 bum. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme. Ähm... Tintenfass. Äh... Tintenfass. Tintenfass. Das ist kein Tintenfass hier. Nein. Sichel, Tasse. Wo ist denn bitte... Tintenfass neben Teller. Tatsache. Gut, Nester. Ähm... Sichel und Tasse. Wo finde ich denn bitte... Das war ein Krug. Das war ein Krug. Das war doch kein... Keine Tasse. Oh Gott. Sichel. Das ist für mich hier ne Sichel eigentlich. Natürlich. Die Sichel liegt hier oben. Ist klar. Natürlich. Und wir haben ne Schaufel. Das ist ein Schmarraten. Verdammt. Nochmal ist es ein Schmarraten. Damit können wir jetzt wahrscheinlich das Grab ausgraben. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie wir da hin kommen. Ähm... Lass mich kurz nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen glaube ich zum... Warte mal. Wir müssen zum... Ah ja. Doch. Ich weiß. Wir müssen zum Leuchtturm. Oder? Nehmen wir nochmal. Äh... Ja. Wir müssen hier glaube ich jetzt mit einem Spaten. Das ist eigentlich ein Spaten und keine Schaufel. Aber okay. Toll. Toll. Ganz, ganz toll. Was können wir mit dem Spaten denn noch machen? Warte mal. Können wir mit dem Spaten in dem... Ähm... Hier vielleicht? Nein, es geht damit nicht. Was können wir mit dem Spaten denn noch machen? Gibt es noch ein Wimmelbild hier vielleicht? Hier mit dem Spaten vielleicht hier rein? Nein, mit der Münze. Nein, das geht nicht. Das möchte er nicht. Nein. Ähm... Vielleicht? Ja, das Grab haben wir schon. Ähm... Hier vielleicht? Um die Wurzel auszugraben, die wir dann bekommen. What auch ever die Wurzel ist. Ich habe keine Ahnung. Eine zarte Wurzel. Eine zarte Wurzel. Ist keine Wurzel, ist eine zarte Wurzel. Eine zarte Wurzel. Können wir denn jetzt schon anfangen, hier zu raspeln? Ich schaue mal eben. Äh... Die Wurzel. Um die grüne Farbe herzustellen, muss ich mich an die Anleitung halten. Ja, ich muss die... Jetzt nimmt er die Wurzel links. Hast du gesehen? Die Wurzel rechts ist hingelegt worden. Er nimmt die Wurzel jetzt links. Alter, dieses Spiel, das ist so durch, ne? Und... Das Spiel ist so durch. Äh... Wow, diese Animation. Ich bin überwältigt. Äh... Jetzt brauche ich ein Messer. Da ist ein Messer. Wow, diese Animation. Ich bin... Ich habe keine Ahnung. Ne, warte mal. Äh... Ähm... Äh... Äh... Nein. Ich... Äh... Was muss ich damit machen? Ich... Äh... Achso, warte mal. Ich brauche... Dreimal von... Von was brauche ich denn dreimal? Von... Dreimal von... 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 Von was denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dann brauche ich drei von den Dingern hier. Ein... Ich muss die Zutaten in der richtigen Reihenfolge. Da steht doch dreimal. Achso, ich muss erst rühren. Warte mal. Nein, ist auch falsch. Toll. Eins. Zwei. Drei. Umrühren geht nicht. Jetzt brauche ich hier von drei. Eins. Zwei. Drei. Jetzt brauche ich vier Blätter. Eins. Zwei. Drei. Achso, vier. Entschuldigung. Vier. Vier. So, jetzt brauche ich ein Tropfen. Ich habe keine Ahnung. Hier, wahrscheinlich von der Flüssigkeit hier. Ein Tropfen. Zack. Plup, 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 plup. Einmal stand er nur, aber er hat viermal getropft. Ist egal. Ist egal. Drei. Angeh. Kupfer. Kupfer. Vielen Dank.